oh gott das war das war für ein anderes projekt das haben wir in anti-caller eingebaut dieses spiel oh gott geil ich weiß nicht ich weiß nicht es gibt gar nicht aber es steht eine uhr im raum was soll diese uhr laber den blonden kerlern laber den blonden kerlern hey die uhr ist aus final fantasy 6 was macht die da die uhr ist stehen geblieben so jetzt gehst du raus ja aber da erwartet mich text ganz viel spaß das gefällt mir schon besser als die bücher dort zu fassen er hat ein spiel was die sind da ist in keine ahnung aber ich glaube gestern wird in seinem ganz tollen remake erklären ich google da jetzt einfach nach drei die gegente von sind bei auf flash games sind bei die die gegner haben zu viele hit points was ich habe ausgedrückt kester remake des nicht er macht teil 2 unser unser held der spiel der spiel namensprogramm er hat wenigstens noch einen kurzen namen mein held der im übrigen das gleiche kasselt hat hat mehr namen 18 wie der älter kommt auch an einem spiel vor den vor und die geschweifte einheit ist der spiel immer wenn du hier irgendwo in ein haus gehst ich glaube dass unten geht die story weiter weiter da auf jemanden triffst blablab und so führer der dunkelheit ich muss mich mal irgendwie anders hinlegen die pizza hat ganz schön auf den magen geschlagen ja mein held ist brian was den anderen der den der uninteressante typ da die bitch okay der schlafzauber macht mehr schaden als mein angriff sticht schon wieder für ein super balancing oh ja ich habe schon wieder vergessen den standard bestätigungsturm von maker zu löschen der ist so lästig ich habe keine ahnung worum es in diesem spiel geht die art smart ich habe es bis heute auch nicht rausgefunden aber egal wir sind zev sind und ein held und erleben großartige abenteuer bla 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 nein darum geht es in dem spiel ich glaube in dem spiel konntest du nicht mal pennen ich bin mir auch nicht mehr sicher dann will ich das nicht spielen ich glaube ich habe vorhin schon ein hotel gefunden also wir müssen ja eh nur warten bis er einmal verreckt das dauert nicht lang ach doch hier kannst du ernsthaft ist das spiel schwer ach scheiße schon hoffnungen gemacht klasse wir sind jetzt giftig ich finde es ja total toll dass neben diesen ganzen random encounters ja auch noch eine truhe hinsetzen muss da wo monster erscheinen genial sterb also ich meine dich nicht die monster dank danke hehehe 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 also du stehst sowieso drauf okay hehehe 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 nächstes spiel in 3 2 das war nicht mal bei 3 hehehe Wie die wirkliche Monze hochgegeben. Das Spellen sind hier so toll. Wie ich es nicht schaffe zu sterben. Ich dachte, das sei dein einziges Talent-Taler. So, aber spätestens jetzt musst du verrecken. Ja, endlich. Holy hell. Machen wir am Anfang. Niemals.